Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. So, jetzt halten wir gleich mal diese Viecher hier. Die sind gerade direkt im Himalaya Gebirge, so heißt es genau. Und wir müssen hier solche komischen Dinge finden. Keine Ahnung, irgendwelche Waffen oder so. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ok, der ist von Eiszapfen erschlagen worden. Ok, die fallen nicht runter, das ist schon mal sehr gut. Oh Scheiße, das ist eine Bärenhöhle. Waffe ausrüsten. Ist hier noch einer? Oder war es das? Puh, ok. Ich dachte jetzt, der wäre stärker. So. Wir haben nicht mehr viel Sauerstoff, also nur noch ein bisschen was. Hier liegt Sauerstoff, sehr gut. Ah, leer. Shit. Jetzt muss ich hier wieder raus. So. Ok. Hier ist wieder Sauerstoff, sehr gut. Ok, jetzt in diese Richtung. Wie kommen wir da hin? Außen rum wahrscheinlich. Ok, hier komme ich nicht rum. Oder ist hier irgendwo so ein Teil zum Klettern? Nö. Ist nicht. Ah, hier ist ein enger Pfad. Ok. Geht es da weit runter? Jo. So weit kann ich nicht mal runter gucken. Ah. Jo, hier kann man rauf klettern. Das ist schon mal gut. So. So. Ok. In welche Richtung muss ich in diese Richtung? In welche Richtung jetzt? WTF, da oben liegt der? Okay. Hier ist schon wieder ein Drecksadler. Verpiss dich, du Stück Scheiße. Wo komme ich denn hin? Oh! Oh shit! 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 Oh fuck! Ich bin fast tot. Ich bin tot. Boah, wo kommen die Missgeburten denn jetzt? Oh scheiße! Oh, mein Puls. Alter! Mein Puls. Okay. Mit dem Tracker lokalisieren. Okay. Ich bin unterwegs. Boah. Mein Puls, Leute. Mein Puls. Boah. Ja, komm. Hoch. Der Tracker reagiert. Oh. Was für ein Tipp. Jetzt gehe ich aber nicht mehr nach dem Tracker, sondern erstmal mit der Waffe hier. Halt schon wieder der Adler kommt. Ich hab dich gesehen. Stirb du Mistvieh. Sterben sollst du. Du bist tot. So. Missgeburt. Gib mir dein Feld. Kann ich bestimmt zu irgendwas gebrauchen. Feld eines Schneeleoparden. Okay. Schneeleoparden sind, glaube ich, seltene Tiere. Soweit ich das mal in den Film gesehen habe. Boah, du scheiß Adler, Alter. Frecke, du Stück Scheiße. Ah, da ist er. So. Ja. Die ist geschlossen. Weil ich der Beste bin. Genau darum. Ist schon wieder irgendwo der scheiß Adler, der mir auf den Sack gehen will. Okay. Au. Hier ist bestimmt wieder irgendwo ein Bär, oder? So ein Braunbär. Ne. Wie komme ich hier raus? In diese Richtung? Ja, hier. Ah, in der Höhle, glaube ich, war ich ja vorhin. Wo ich den Braunbären getötet habe. Was ist das hier eigentlich? Ey, bleib mal stehen. Was bist du? Hm. Was war das jetzt? Beutetasche fast voll. Ah, ja, ja, ja. Kann ich eigentlich schon wieder was herstellen? Herstellung? Nö. Leider nicht. Oh. Zwei Königs sich gefüllt. Okay. Okay. Okay, bis jetzt bringt mir das... Oh. Shit. Wo kommen die denn jetzt hier? Shit, wo kommen die denn jetzt hier? Oh. What the fuck? So, jetzt sind die doch nicht weg, oder? Oh shit, 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 shit. Ich flüchte. Ich flüchte. Au. Ah. Ah. Nein, Leute. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Geh doch hoch. Lauf Schlampe, lauf. Okay, sie sind überall. Sie sind überall. Einfach. Das ist uncool. Gemisch. Rotflinte. Gib mir deinen Raketenwerfer. Gib mir deinen verfickten Raketenwerfer. Nein. Doch, Raketenwerfer. Sehr gut. Okay. Nummer eins. Was sind die anderen? Was sind sie denn? Was sind sie denn? Willst du mich verarschen? Wurter. Wo bist du? Glaubst du, wie überlebst das? Shit. Schon mal eine Rakete in die Fresse bekommen? Wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Verpiss dich. So. Okay. Nö, will ich jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Jetzt muss ich 135 Meter in diese Richtung. Beziehungsweise jetzt noch 110 Meter. Boah. Okay. Alter, das ist alles so hell. Ich bekomme schon Augenschmerzen hier. Wieso braucht man hier eigentlich Sauerstoff? Ist das so weit oben? Hey, yo. Yo, was geht, Bruder? Aufgaben vom Typ? Bla bla bla. Ich bewaffne der Eskorte. Verlangt von dir. Ja. Eine außerordentlich kleine Kiste. Wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hier rein zu sterben. So folgt danach das Gericht. Was ist das? Was ist das? Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Reißlauf des Lebens. Aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder die Fressen. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business AG. Ein grausiges Geschäft. Was... Was ist das? Diamanten? Mich rettete eine Kugel. In den Kopf. Mein altes Ichstab. Das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das das Licht Gottes eindringen konnte und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokka-Felle. Und diese Diamanten? Neviticus 17, 11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung er wirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündeten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet. Bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch sein grausiges Geschäft, E.G. Nun geh! Sag ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück! Denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht! Das ist der Typ crazy. Okay, gib mir Munition. So. Was haben wir hier noch? So ein matischer Acker. Hier, Schrofflinte! Okay. Jo, gut. Dann guck ich mal schnell in die Herstellung. Wo kann ich eigentlich Spritzen herstellen? Spritzen. Spritzen. Oh, ich hab acht Fertigkeitspunkte. Wow! Sollte ich mal ein bisschen was ausgeben. Gerätespezialist. Will ich nicht. Was ist das? Ja, komm. Her damit. Kostet dann nur einen Punkt. Länger laufen. Länger laufen. Ach, schneller laufen. Oh. Mhm. Ziele schließen miteinander. Und das ist auch gut. Tod von unten. Nee. Pistolen Tickdown. Ja komm, das nehmen wir mal. Tod von oben. Was haben wir hier noch? Das hier, genau. So. Gut. Was? Kuh. Ah, okay. Verstehe. Okay. Das hier. Okay. Wie ging das jetzt? Jagdspritze, Überlebensspritze, Fokusspritze. Okay. Hier brauche ich Rot und Gelb dafür. Ja. Hau sie die erstmal rein. Genau. Also. Rot. So. Gut. Wo muss ich jetzt hin? Würde ich sagen, machen wir den Turm hier. Oder? Nee. Longinus. Was ist das hier? Was ist das hier? Yogi und Reggie? Ja. Würde ich sagen, gehen wir wieder zu den Longinus. Der Typ gefällt mir. Ich finde den cool. Der ist richtig krass drauf. Wie schnell der von den einen Ort zum anderen Ort gekommen ist. Krasser Scheiß. Das sind andere Spritzen, die ich gerade hergestellt habe, oder? Weil ich da unten gerade eine Zeitleiste gesehen habe. Was ist das hier? Man muss sich mal gucken, was das bedeutet. Okay. Hier kann ich runterspringen. Hier wäre es unten. Die brauche ich doch bestimmt auch, oder? Habe ich es getroffen? Ja. Federn. Nee. Die brauche ich nicht. Schade. Schade. Schade Schokolade. Da ist sie versehentlich gestorben. Äh. Umsonst gestorben meine ich. Nicht versehentlich. War schon eine Absicht. Da ist sie wieder. Wingsuit. Oh. Jetzt ist die Musik aus. Schade. Verschirm. So. Sehr schön. Wir sind hier glaube ich an einem ziemlich hohen Punkt. Wenn ich das so sehe. Wir gehen an einen noch höheren Punkt. Damit wir schön die volle Pracht des Wingsuits benutzen können. Okay. So. Hier. Hier glaube ich funktioniert es gut. Und hepp. Und los geht's. Schön die Landschaft betrachten. Cool. Das ist schon geil. Oh, da wäre noch ein Truck gewesen. Der uns fast gesehen hätte. Was ihnen aber egal sein kann. 1400 Meter noch fast. Das ist wieder ein Kammerer-Ereignis gewesen. Drauf geschissen würde ich sagen. Hier ist noch so ein Truck. Mit Waffenlieferung. Und hepp. Erstmal voll in die Bäume rein. Okay. Haben wir irgendwo ein Fahrzeug in der Nähe? Hier unten. Auf zum Fahrzeug. Dann fahren wir noch schnell zu der Mission. Wieso mache ich eigentlich nicht schnell Reisen? Bin ich eigentlich völlig dumm oder so? Boah, ich bin echt manchmal richtig bescheuert. Oh Mann. Da mache ich mir den weiten Weg. Über 1000 Meter. Hier kann ich auch gleich verkaufen. Ja. Was brauchen wir denn nicht mehr? Das hier. Das hier. Das hier. Okay. Weiß das Blatt. Können wir noch was herstellen damit? Ja, komm weg damit. Hau raus, die Scheiße. Reserve-Nadeln. Hier. Minisweisheiten. Minisweisheiten. Nähzeug. Weg damit. Gebet. Heroindosis. Das hier. Okay. Das. Opium. Das hier. Federn. Weg damit. Die Blitzen herstellen. Ja, das behalten wir mal den Rest. So. Munition brauchen wir noch. Gut. Dann wieder raus aus dem Haus. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dieser Folge. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Let's Play Far Cry 4. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.